Musik 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 Den Anderen dräng ich nicht aus Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah ha, ich hab schon neugrund. Ah, 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 ich hab schon neugrund. Ah. Ach du kacke! Let's go! Ja, ich hab einen Hängelgleiter, weil ich alle Hängelgleiter verstoß! Danke! Ich hab einen einzigen Hängelgleiter! Der hat mich nicht mal bemerkt! Ich hab die Metzler, Bruder! Ich hab die Metzler! ich muss die ein hängegleiter ist echt nicht viel also muss ich den wegwerfen mini trinkt auch wenn es 10 Schilden muss man machen ich sonst nur 100 ein sieben und das ist nicht so ich musste die ganze Zeit von der Sonne jetzt habe ich eigentlich so ich muss sich nicht richtig weite Strecke angeht alle okay Okay, das ist echt gut. Okay, das ist echt gut. Okay, das ist echt gut. Ich hab's geschafft. Ich muss den 5 Schaden fressen. Ich brauch's sein Jüd. So kann man auch die Leute holen. Okay, das ist echt gut. Einfach warten, bis er sich hochbaut, dann die Sache editieren, dann geht seine Base kaputt und dann einfach fliegt einfach in den Graben und ist tot, man. Geil, Mann. Geile Aktion von dem Digger. Nach zwei Players. Ich dachte schon, wie er ist. Ich glaub, da hinten ist aber einer. Das sind gute Sachen, wo man richtig viel Metz verbraucht. Das ist nicht gut. Ich hab' mega wenig Metz. Ach. Jetzt muss ich einfach nur Glück haben und Metz bekommen. Da ist ein Lootrop, der gleich von der Summe genommen wird. Ich hab' keinen Bock auf 5 Schaden. Ich hab' keinen Bock auf 5 Schaden. 5 Schaden ist hier schlimm. Digga. Loll. Hat's nicht geklappt, Digga. Hat's nicht geklappt, Digga. Loll. Ja, mal so runter. Ach. Ich hörte mal von diesem Pro-Game aus diesem Trick Pro-Versuchen, Mann. Oh. Oh. Lass mich in Ruhe. Ich hab' so wenig Leben. Oh. 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 Alleluia man. Ich bin besser gewesen aber okay man. Ich bin besser gewesen, aber okay man. Oh mein Gott, die Tabletz. Letzter Spieler. Es. Letzter Player ist hier. Hallo. Hallo Bro. Was suchst du da? Was macht der Cheek Dog? Wo ist der Lucky Mom? Ja. 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 Bruder. Ehre genommen. Ja. 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 Ja.